Ja, neuer Vlog, diesmal schon aus Barcelona. Ich muss ehrlich sagen, das hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Es pisst runter, seit ich da bin, zu meinem Hostel. Euch vertrauschen soll in meiner Montierungsfähigkeit, das ich natürlich nicht angeschaut habe, wo man hinkommt. Es wird mit mir eingerosteten Spanisch gehen, ein bisschen unter Unwilligkeit über Spanien Englisch zu reden, mit dem Fleck gegen Spanien Englisch.